Hallo zusammen, hier ist die Deutsche Laa und heute bin ich wieder für euch in Battlefest und unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video machen. Heute geht es nämlich wieder um 5 Paragon-Kisten. Ich war nämlich wieder ein bisschen fleißig und habe mir dementsprechend hier ein paar Paragon-Kisten auf meinem Hortenschei gefarmt. Denn ich brauche ja hier noch ein paar Toys. Und zwar brauche ich noch einmal das von den Talanji-Expeditionen. Dann von Vuldunai habe ich noch offen. Das ist von den Tortellanern. Und brachte mir gut, aber das ist auf Allianz. Also sprich, auf der Hordenseite kann ich noch 3 Stück rausziehen. Und dazu habe ich mir jetzt wieder ein paar Kisten zusammengesammelt. Ich habe auch andere, die ich jetzt eigentlich nicht mehr so brauche. Aber ja, die kriege ich so nebenbei, wenn ich Azarit so ein bisschen am Farmen bin. Und die machen wir jetzt einfach mit auf. Vielleicht kriegen wir noch mal irgendwas Lustiges raus, wie ein Pad oder so. Ich würde sagen, wir fangen hier mal mit den Vuldunai an. Und da habe ich leider wieder nicht das Toy gekriegt. Dann schauen wir mal, ob wir bei dem Champions von Azarit das rauskriegen. Auch negativ. Gut altgebunden. Da habe ich auch schon alles. Na, komm, komm. Nada. Ich habe schon echt Glück, ne. Aber es bringt jedes Mal recht gut Artefakten Macht. Damit müsste ich jetzt... Ah, schau mal, ich bin aufgestiegen. Jetzt kann ich hier das Mythic-Teil, das letzte Ding skillen. Und habe es jetzt auf 4,20. Ja, ist ja auch nicht schlecht. So, dann haben wir noch zwei. Dann machen wir mal die Tortolana auf. Oh, weia. Ich habe heute kein Glück, ne. Also mittlerweile zieht mein Addon das hier auch mit, ne. Rarity. Wie viele Trys ich habe. Ja, dann bleibt noch die letzte Hoffnung. Talanji-Expedition. Ach, komm. Ich habe einfach kein Glück, ne. Was hat das jetzt gebracht? Relativ viel Artefakt-Macht. Oder hier Azarit-Power, so rum. Ich bin immer noch bei Artefakt-Power. Aber, und ja. Und sonst habe ich jetzt wieder einen Haufen Ordensressorts oder Garnitionsressorts. Ne, Kriegsressorts. Boah, ich bin durcheinander. Kriegsressorts habe ich jetzt viele. Aber sonst leider wieder kein Scheu. Ja, gut. Ich muss mal gucken. Auf dem Alicard habe ich auch noch ein paar Kisten. Die werde ich demnächst auch mal wieder aufmachen. Und mal schauen, ob ich zumindest dann das Pracht-Mehr-Ding oder das von den Tortolanern rausziehen kann. Bei mir war es mal wieder nichts. Schreibt mir gerne rein, wie weit ihr schon seid mit den Paragon-Kisten, wie viel Chars ihr das Ganze hier angeht. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tela. Bis dann. Ciao.